Ich habe einen Twist vorbereitet. Was hat mehr Kalorien? 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Gramm Reis? Ich denke 100 Gramm Kartoffeln. Wie kann das sein? Kartoffeln haben eine andere Nährstoffdichte. Aber das kann man sehen bei uns. Du bist deutscher Kartoffel, deswegen bist du sehr stark als Mensch. Wie viel Gramm Protein am Tag für den Muskelaufbau? 1 bis 2 Gramm pro Kilo. Das ist nicht falsch. 1 Gramm ist ein bisschen wenig. 1, Pfund kann man sagen. Bis jetzt muss ich sagen, John sieht schlecht aus, oder? Bist du das? Wie viele Köpfe hat der Beinbeuger? Pfund oder vier. Der Beinbeuger heißt ja auch Beinbizeps. Wie viele Köpfe hat der dein Bizeps? Oh mein Gott. Ich liebe dich. Du bist so süß.